Was kann man sich im Hotel alles erlauben? Das treibt unser Reporter auf Mallorca, dreist auf die Spitze. Aber Sie können nicht für die Gruppe hier alles reservieren, wenn die nicht da sind. Nein, 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 keine Gruppe. Das ist für mich alleine. Was ist erlaubt? Und welche Strafen drohen mir? Sie sind allein. Sie können zwei Ligen haben. Ja, aber warum wollen Sie die Security rufen? Ich hab doch nur... Und kann man durch dreistes Meckern das gebuchte Standardzimmer zu einer Suite upgraden? Ist der Manager am Haus? Sie haben ein Standardzimmer reserviert, richtig? Das ist ein Ausblick. Ja, jetzt heißt es nochmal einmal wieder richtig dreist sein. Wir sind hier im Fünf-Sterne-Hotel und ich werde jetzt versuchen, so viele Ligen wie möglich zu belegen. Dafür haben wir uns so ein bisschen eingedeckt. Äußerst geschmackvolle Handtücher, wie die jetzt hier unten im Hotel ankommen werden. Und ob man uns jetzt hier so knapp 20 Ligen besetzen lässt, da liegen ja schon überall Handtücher. Ja, wird Zeit, dass wir da jetzt noch ein paar Ligen belegen. Dass wir die Ligen schon mal auf jeden Fall erstmal haben und dann die da drüben, würde ich natürlich auch mitnehmen wollen. Und so belegt Reporter Alf Porrada im Fünf-Sterne-Hotel dreist eine Liege nach der anderen mit seinen, naja, sehr geschmackvollen Handtüchern. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn liegen belegt. Ja, so richtig scheint das hier keinen zu stören, aber ich bin mal gespannt, was passiert, wenn hier gleich noch Leute herkommen wollen. So lange kann man sich mal ein bisschen hinlegen und das Ambiente hier genießen. Platz genug, haben wir auf jeden Fall. Doch auch wenn wir Deutschen es lieben, unseren Platz am Pool zu sichern, darf man das überhaupt? Rosbe Karimi, Anwalt für Reiserecht, klärt das für uns auf. Eine Strafe dürfte mir nicht drohen, wenn ich mit Handtüchern liegen reserviert habe, weil es ist ja auch kein Schaden entstanden. Von einer Strafe ist Alf ohnehin noch weit entfernt. Hier fällt sein Handtuchgewitter noch nicht mal auf. Wir legen also noch eine Schippe und weitere Handtücher drauf. Könnte natürlich jetzt auch richtig dreist sein und einfach noch ein paar Handtüchern vom Hotel fragen. Weil das scheint hier ja wirklich niemanden zu stören. Hallo, eine Frage. Ja, bitte. Wir haben da hinten 15 liegen reserviert für uns, also für uns zwei. Aber wir brauchen noch ein paar mehr Handtücher, weil da sind noch ein paar liegen frei und wir hätten ja gerne unseren eigenen Platz. Kann ich nehmen? Ja, klar. Aber es ist okay, wenn wir da hinten die liegen reservieren, oder? Gar kein Problem. Ja, okay. Also drei Handtücher mehr? Ja, klar. Vielen lieben Dank. Bis später vielleicht. Und so nimmt Alf Dreist die nächsten drei liegen in Beschlag. Ist okay für Sie, wenn ich hier ein paar liegen reserviere und für Ruhe sorge, oder? Machen Sie, machen Sie. Perfekt, super, danke. Und es interessiert keinen Menschen. Warum interessiert es keinen Menschen? Tatsächlich stört sich auch weitere zwei Stunden später niemand am dreisten liegen reservieren unseres Reporters Alf. Das bedeutet, alles wieder einpacken. Wir sind hier im Fünf-Sterne-Hotel nun um eine Erfahrung reicher. Also beim Thema Liegen belegen, da kann man anscheinend sehr dreist sein. Also richtig hat das hier irgendwie niemanden gestört. Das mag natürlich auch daran liegen, dass das Hotel nicht ganz voll ist, aber wir haben uns zumindest hier ordentlich breit machen können. Spannend wird es dann im Drei-Sterne-Hotel. Ob wir uns auch dort liegen sichern können? Auch das wollen wir natürlich wieder testen. Dieses Mal allerdings mit einem ganz anderen Ausgang, mit dem unser Reporter so nicht gerechnet hat. Da vorne, diese erste schöne Reihe. Die finde ich, die würde ich gerne haben wollen. Die sollten wir jetzt auch mal belegen. Und dafür heißt es wieder Liegen belegen, was das Zeug hält. Dieses Mal aber unter strenger Beobachtung. Ist es okay, wenn ich hier allein die Liegen reserviere? Äh, die Personen sind vom Hotel? Nein, nein, es ist nur für mich. Ah, okay, äh, einen Moment bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Alles ist gut. Ich wollte nur fragen, ob es okay ist, dass ich hier die ganzen Liegen reserviert habe. Sind Sie Gast? Ja. Tja, das Problem ist nur, Sie können die nicht reservieren. Wenn Sie rechtzeitig kommen und die Liegen sind frei, dann können Sie sich welche nehmen. Ich kann mir so viele Liegen nehmen, wie ich will, oder? Ja, natürlich. Wenn Sie mehrere Personen sind, so viele, wie Sie wollen. Nein, nein, ich bin alleine. Sie sind allein? Nein, 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 ich habe hier die gesamten Liegen reserviert. Wenn Sie alleine sind, dann gibt es eine für Sie. Nein, nein, ich habe hier so 14. 14? Ja, weil ich brauche ein bisschen mehr Platz. Für Sie allein? Ja, genau, für mich allein. Nein, das ist nicht in Ordnung. Wenn Sie alleine sind, dann können Sie... Nein, 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 ich habe die Liegen ja reserviert, mit einem Handtuch. Aber Sie können nicht alle reservieren, es sind 300 Personen im Hotel. Ja, klar. Wenn Sie alleine sind, können Sie eine oder zwei nehmen. Nein, nein, die ganze Reihe hier. Wissen Sie, die ganze Reihe. Aber für Sie allein? Genau, für mich und vielleicht für meinen Freund hier. Nein, das ist nicht in Ordnung. Zwei für Sie, andere Leute wollen auch was haben. Ja, aber ich war ja zuerst. Und? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich hole den Security und dann... Aber warum wollen Sie jetzt die Security rufen? Ich meine, ich habe doch nur die Liegen mit einem Handtuch reserviert. Nein, 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 Sie sind egoistisch und das ist nicht in Ordnung. Gerade wenn ich mehrfach Liegen reserviere, trotz Aufforderung, dann könnte ich natürlich auch am Ende des Tages vom Hotel verwiesen werden, wenn ich eben wiederholt gegen die Hausordnung verstoße. Doch statt des Sicherheitsdienstes kommt nun die Hotelleitung. Ja, aber Sie können nicht für die Gruppe hier alles reservieren, wenn die nicht da sind. Nein, 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 nein. Keine Gruppe. Das ist für mich alleine. Alleine alles? Alleine alles, genau. Warum? Ruhe. Das ist ja nur die Reihe. Da hinten ist okay. Nur die Reihe hier. Aber Sie machen doch nicht die Regeln. Es gibt Regeln im Hotel. Sie sind alleine und nicht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 14. Wo sind die anderen 14 Leute? Nee, alleine. Und 14 liegen für Sie alleine? Genau. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Das geht nicht? Okay. Statt uns hochkant rauszuwerfen, wird unserem Reporter sogar noch beim Einpacken der Handtücher geholfen. Mit so viel Freundlichkeit haben wir wirklich nicht gerechnet. Schönen Tag und danke für Ihr Verständnis. Vielen lieben Dank. Ihnen auch einen schönen Tag. Wie freundlich kann man eigentlich sein? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so freundlich einen merkwürdigen Menschen wie mich wegkomplimentieren sehen. Ich habe ja nun wirklich alles gegeben. Und dass wir hier nicht alle liegen reservieren dürfen, das ist uns ja vollkommen klar. Ich dachte tatsächlich, dass man ein bisschen böse mit uns ist. Aber dass man uns hilft, die Handtücher hier zusammenzuräumen und sich entschuldigt und versucht für Verständnis zu sorgen. Ich glaube, großartiger kann man eine solche Situation nicht lösen. Weiter geht es in unserem dreisten Test auf Mallorca. Wieder möchte unser Reporter es bewusst auf die Spitze treiben, um zu sehen, wie dreist man im Urlaub sein darf und ob das auch etwas bewirkt. Ja, ein schönes Hotelzimmer. Das ist natürlich wichtig, wenn man im Urlaub ist. Allerdings, wenn man so ein normales Standardzimmer gebucht hat, dann bekommt man eben eigentlich auch ein klassisches Standardzimmer, oder? Genau der Frage möchte ich mich heute stellen und herausfinden, ob man durch Dreistigkeit, gegebenenfalls von einem normalen Standardzimmer, ist hoch bis zur besten Suiteschaft. Und deswegen haben wir unser Zimmer in einem Vier-Sterne-Hotel gebucht. Hier will Alf durch freches Meckern an ein besseres Zimmer kommen. Ja, für mich heißt es jetzt auf ins nächste Vier-Sterne-Hotel. Und da bin ich tatsächlich gespannt, dass wir es schaffen, vom Basic-Zimmer uns gegebenenfalls ein Upgrade zu ermeckern. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt läuft und werde auf jeden Fall ganz schön dreist sein. Zunächst checkt unser Reporter Alf ein und bekommt ein Zimmer in der Standardkategorie. Zeit, sich das Zimmer anzuschauen. So, Zimmer 541. Und da ist es, Zimmer Nummer 541. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil ich muss ja jetzt einen Grund finden, über den ich mich ärgern kann. Und das wird auf den ersten Blick schon sehr, sehr schwer. Das Einzige, was man hier so ein bisschen aussetzen könnte, ist der Blick aufs Meer. Ja, der ist vielleicht jetzt nicht auf den allerersten Blick so großartig. Und wir wohnen zur Straße raus. Das wären schon mal zwei Sachen, die man anmerken könnte. Auch hier ist alles wirklich extrem sauber, gut geputzt. Es riecht gut. Es sieht schick aus. Also, sich über das Zimmer zu beschweren, ist eigentlich schon ganz schön dreist, weil so richtig schlecht ist das nicht. Aber wir wollen jetzt natürlich herausprobieren. Kann man durch Dreistigkeit ein besseres Zimmer bekommen? Und dafür püsten wir jetzt runter an die Rezeption. Jetzt wird es unangenehm. Ich habe immer nur ein Anrecht auf die Kategorie, die ich auch gebucht habe. Ich kann aber Glück haben, wenn es halt eben kein Zimmer mehr in der Kategorie gibt, dass ich dann ein Upgrade bekomme. Meckern wird sich wahrscheinlich in vielen Fällen durchaus lohnen. Man muss aber so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Und über genau den muss unser Reporter jetzt springen. Zeit zum Meckern. Es ist direkt zur Straße das Zimmer. Ja. Und ist ehrlicherweise nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, leider. Wollen Sie lieber auf die Poolseite? Also Poolseite und ein bisschen schöneres Zimmer wäre schon besser. Alle Zimmer sind gleich. Ja, welche Zimmernummer haben Sie denn? 5, 4, 1. Sind alle gleich? Gibt es kein besseres Zimmer? Es gibt große Zimmer und Junior-Suites. Also ich will jetzt nicht frech sein oder so, aber das Zimmer, hm. Ja, für das Zimmer kann ich Ihnen vielleicht einen besseren Blick geben. Aber die Zimmer sind alle gleich in der Größe. Ja, vielleicht eine andere Seite. Aber ansonsten ist es alles das Gleiche. Aber haben Sie kein schöneres Zimmer? Die Suites und die größeren Zimmer sind besetzt und ich kann Ihnen da keine andere Kategorie geben. Ist denn die Managerin zufällig zu sprechen? Sie kommt um 18 Uhr ungefähr, wenn Sie möchten, dann können Sie warten. Ja gut, dann muss ich jetzt eine Stunde warten. Ja. Doch bevor er zur Managerin geht, wird unserem Reporter zunächst ein Ersatzzimmer gezeigt. Allerdings mit einem defekten Duschabfluss. Der Blick ist hier viel besser. Ja, das stimmt. Der Blick ist sehr schön. Aber im Badezimmer muss ja noch was repariert werden. Das ist ja leider kaputt da drin. Was ich aber unbedingt sofort machen muss, ist es, den Mangel zu melden. Damit das Hotel oder eben der Reiseveranstalter die Möglichkeit hat, den Mangel zu beheben. Melde ich den Mangel aber erst nach dem Urlaub, dann nehme ich ja diese Möglichkeit zur Mängelbeseitigung. Und dann kann ich meine Rechte auch nicht mehr gelten machen. Ob es der kleine Defekt im Badezimmer eventuell rausreißen kann? Also man muss sagen, kein wirklich richtiges Upgrade, aber zumindest das Zimmer jetzt direkt zum Meer raus. Das wäre schon ein enormer Vorteil. Das hat auf jeden Fall schon mal geklappt und freundlich sind sie auch noch. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mich zu 100% damit zufrieden geben soll. So, Zimmer 407 ist okay. Das ist das Zimmer mit Meerblick, oder? Ja. Ja, aber da war ja die Dusche kaputt. Ja, da gucken wir dann später, wenn der Techniker kommt. Aber das heißt, ich muss ja schon wieder warten. Ja, ein bisschen müssen wir warten. Müssen wir warten? Ob sich das lohnt? Nach circa einer Stunde nervigem Warten ist dann auch endlich die Managerin im Haus. Letzte Chance für ein echtes Upgrade. Also wir wollten eigentlich das reservierte Zimmer nehmen, aber das war leider nicht so schön. Das ist direkt zur Straße raus. Es ist nicht ganz so sauber gewesen und ich habe nach dem zweiten Raum gefragt. Das war schon besser, aber da ist die Dusche leider defekt. Sie haben ein Standardzimmer reserviert, richtig? Wir können Ihnen ein anderes Zimmer geben. Und das war's. Das heißt, selbe Zimmerkategorie. Und Sie können nicht mehr machen? Nein, es tut mir leid. Sie müssen sich halt extra zahlen. Ah, extra zahlen, dann ist möglich. Kein Upgrade? Ja, na klar. Okay. Für 71 Euro mehr hat man unserem Reporter die Junior Suite angeboten. Der nimmt allerdings nur, was gratis ist. So landen wir immerhin im Zimmer mit Mehrblick. Schönen guten Tag, Porada nochmal vom Deutschen Fernsehen, Sat.1. Hallo. Hallo. Probieren das häufiger, Gäste manchmal irgendwie durchs Meckern ein besseres Zimmer zu bekommen? Viele Leute probiert. Und wenn es ist unsere Schuld und es ist unsere Fehler oder so, machen wir gerne. Aber müssen wir aufpassen, wie ist es so. Man sollte schon fürs bessere Zimmer zahlen und nicht durch Meckern daran kommen, oder? Genau. Im Vier-Sterne-Hotel waren wir also mit der Meckertaktik nur so halb erfolgreich. Aber einen Versuch wollen wir noch wagen. Dieses Mal im Fünf-Sterne-Superior-Hotel. Hier sollte doch nun aber etwas möglich sein, oder? Schaffe ich es durch Dreistigkeit, an ein besseres Zimmer zu kommen? Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo. Ich habe ein Zimmer auf dem Namen Porada reserviert. Ja, Sie haben hier das Standardzimmer. Genau. Okay, wir haben auch noch ein Mehrblickzimmer, aber das kostet extra. Extra kosten? Genau, wenn Sie die Kategorie wechseln wollen, dann kostet das extra. Hm. Und das normale Zimmer ist, naja gut, ich würde jetzt erstmal das normale Zimmer nehmen. Schließlich wollen wir erstmal sehen, was es da zu Meckern gäbe. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Ich kann mir doch gar nicht beschweren. Und man hat mir quasi ein Upgrade angeboten, allerdings gleich für Geld. Das Hotelzimmer kostet mich jetzt für eine Nacht 244 Euro. Okay, wow. Es ist ein Riesenzimmer. So viel kann man schon mal sagen. Okay. Sich hier jetzt zu beschweren, ist eigentlich, eigentlich wohlgemerkt, relativ schwer, wenn mir nicht das hier wäre. Der Blick auf die Straße, auf den Parkplatz. Aber nicht auf den Pool, nicht aufs Meer, das ist die Richtung. Aber nochmal, das wurde mir gerade unten schon angeboten und zwar gleich mit dem Satz, das kostet aber extra Geld. Jetzt ist meine Aufgabe mit viel Charme und vielen Nachfragen, dieses eigentlich doch ganz schöne Zimmer auf die andere Seite zu bekommen, aber ohne dabei Geld zu zahlen. Ich bin gespannt, ob mir das gelingen wird. Hallo nochmal. Hallo. Das Zimmer ist nicht das Schönste. Das ist zur Straße raus und ich gucke auf den Parkplatz und das ist ziemlich laut. Ja, aber das ist das, was Sie gebucht haben. Ja gut, aber wenn ich 244 Euro für ein Zimmer zahle. Ja, aber wir sind in der Hochsaison. Es ist aber nicht so teuer. Für den Poolblick zahlen Sie nur 26 Euro mehr pro Nacht. Das ist ja nicht nur der Ausblick. Es ist sehr laut. Wenn man die Tür aufmacht, man hört die Autos. Das ist doch nicht schön. Ja, aber das ist die Kategorie des Zimmers, mein Herr. Okay, und das ist die Kategorie, für die ich 244 Euro zahle. Ist der Manager im Haus? Wir checken das. Also ich habe mit meinem Chef gesprochen. Wir werden Ihnen das Zimmer mit Poolblick umsonst geben. Ihr neues Zimmer ist auf der ersten Etage. Das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Perfekt. Super. Und somit kann unser Reporter zumindest schon mal 26 Euro einsparen. Doch hat sich das Meckern dafür gelohnt? Ich würde sagen, ähnlich bis gleich gutes Zimmer. Aber diesmal, und das muss man wirklich sagen, ist ja wirklich ein Vorteil. Mit einem, ach, guck ich es dir an, wunderschönen Blick. Mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen Pool. Fragen hat sich an der Stelle tatsächlich definitiv gelohnt. Und ich bin mal gespannt, was die unten denn von dieser Art und Weise des Fragens halten. Ein schönen guten Tag, Parada ist mein Name, vom Deutschen Fernsehen. Sie waren sehr freundlich zu mir und haben mir ein freies Upgrade gegeben. Ist das normal? Normal ist das eigentlich nicht. Aber wenn Sie Ihr Zimmer upgraden wollen, dann zahlen Sie normalerweise was drauf. Aber Sie waren so ein bisschen verärgert. Verärgert. Aber auch höflich. Deswegen haben wir dann mit unserem Chef gesprochen und konnten dann ihre Kategorie ändern, ohne dass Sie was dazuzahlen. Und da es eh nur eine Nacht ist, war das schon nur in Ordnung. Ja, so geht's. Man kann eben halt auch freundlich sein und ein bisschen sauer, dann kriegt man auch vielleicht umsonst ein kleines Upgrade. Aber man kommt eben nicht wirklich richtig doll damit durch. Und von daher, es lohnt sich nachzufragen. Aber eine bessere Zimmerkategorie, die bekommt man wahrscheinlich eher nicht. Fragen kostet nichts, außer eben Ihre wertvolle Urlaubszeit. So sollte man sich am Ende wirklich überlegen, ob man den Urlaub durch Meckern verbessern will. Schmeißen Sie lieber den Stress über Bord und genießen Sie das gute Wetter und die schönste Zeit des Jahres.